Noch so ne Haut gehabt von jemand Guckt am Essen, dann ist endlich Aber den ganzen Arm verschlingen Boah der Char hat wieder was gegessen, krass Endlich, hast du auch? Gehessen? Jo Ist ja bei meinen immer noch müde Ich fürchte so weit wir uns hinlegen haben wir wieder Hunger und Durst Mehr und wir sind dann müde geworden, weil wir nicht gegessen haben wir brauchen noch mehr essen Hörst du das? Ist das wieder diese Die weiße Schlüpfer? Haut bekommst ja von bestimmten Mobs so wie im ersten Teil, ja ich habe da so komische Mutantenhaut abgezogen eben Was Problem ist bei uns wir töten welche, aber wir gehen noch mal ins Dorf oder? Wir töten welcher und und wir können nicht Also wir können sie nicht zerstückeln oder so Ist ein Tod und das Wir zerstückeln sie aber wir können es nicht looten Also entweder Keine Ahnung, gute Frage Das weiß ich nicht Ich dachte nur zuerst weil ich sie, hier direkt hinter dem Stein sind immer viele. Bist du da? Nee Ist ja nieder Jens, wir müssen auf die Jagd, wir müssen essen Staub haben wir Aber so stürmen Einflüsse wie bei Ikadus ist das nicht hier Du kommst gar nicht oder was? Ja Du kommst gar nicht oder was? Ja 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 ist halt schon so wie Icarus, da waren die ganzen Geräusche nicht auch, aber das Einzige Geräusche die ja ein bisschen gruselig sind sind halt diese von denen, wie sie kreischen, die Menschen da Ja Oder, oder Oder kann man welche, wenn man die Angezündet hat nicht mehr, nicht mehr looten Keita lebt immer noch, nachdem ich ihn einmal angezündet habe Nochmal anzünden Wir waren, wir waren nachts, nach zwei Minuten im Game ist erstmal in der Höhle Und dann tust du da am Strand Starten Und das ist direkt eine Höhle gewesen Jens, wo bleibst du? Ich töte hier einen nach dem anderen, kommst du? Ja Ja, du stresst hier immer rum, ich wollte mir mal nen Sperr machen Aber wir brauchen noch Essen Ja Wie stehst du nicht rum? Ich sag nur, wir brauchen Essen Ha Töre ich mit den Nerven anderer Da, ich lege sie dir sogar hin hier, da Nächste Was ist der andere jetzt? Der ist genau hinter dir Ich hatte schon zwei Leichen Au Ey So, nächste Leiche So, drei, drei Leichen müssten hier sein Reicht doch Haben wir da ein bisschen Essen? Also wenn, wenn Ich hoffe, wir können es jetzt abhacken endlich hier Jetzt noch einer Ja Dann ist der nicht verbrannt komplett Boah Ich meine, wie er da Baum hängt, ey Oh, oh, guck mal, der ist der andere Da ist der andere, der große Heb den anderen auf, oder was? Okay, One-Hit Keine Chance, tot Selbstrüstung, selbst halbe HP, tot Geil ist, wenn du am Anfang dir Zeit ist mit dem Heli, landest du immer dort, wo du deinen Laptop starten tust Nochmal tot Verstehe ich nicht Tot Du auch? Ja Krass, der hat die andere aufgehoben Das ist halt wieder der Boss Ich hatte den aber vorhin verbrannt Ich probiere es nochmal Du kannst mich hier nochmal auf Ich muss schon, dass du nicht Ja, warte ich Ich komm her Ich habe ihn angezündet Aber einmal reicht nicht, da kommt noch einer Habe ich auch angezündet Angezündet nochmal Vorsicht Okay Weg ist er Achso, ich habe gar nicht gewusst, dass ich am Anfang auf den Laptop drücken muss Ich habe aber noch gewartet, hat fünf Minuten nichts passiert Dann habe ich gecheckt, ich kann mich bewegen Hinter dir, hinter dir, hinter dir Ja, weißt du nicht, ich habe halt gedacht, das ist eine Ladesequenz oder es kommt ins Intro oder so ein Scheiß So, willst du nicht gleich zu stückeln hier, dass wir mehr mitnehmen? Geht das nicht? Ich habe bis jetzt noch gar nichts Bis jetzt noch Ja, vor dem geht es eh nicht, gell? Den Großen Wie meinst du nur? Für uns? Ich hatte die letzten Monate mehrere Leute gefragt, ist die einzige Person die Ja gesagt hat Ja, ich habe ein Bein Das bringen wir an jetzt, wenn du das hast So Okay, da ist noch ein Bein, kannst du nehmen? Mehr können wir nicht Ja Also ich kann keine Beine nehmen, aber kann ich vielleicht Arme nehmen, wenn ich keine Beine nehmen kann? Geht das? Kann schon, aber irgendwie kommt hier nichts raus So Ich habe jetzt heute angefangen, weil gestern hatte ich ja noch Raid Ja doch, es geht, es geht Und dann haben wir heute Abend angefangen Wollten schon früher anfangen, aber ein paar technische Probleme noch gehabt Achso HC halt 8 von 8 und mythisch halt 2, aber wir haben nicht genug Leute um mehr mythisch zu machen Nicht so einfach Aber ich bin ja froh, dass wir die 2 Farben dann gut ist Gehen wir hin oder was? Jo Ist noch eine Leiche, die vollständig ist zum Mitschleppen? Ne, wüsste ich nicht Das Gute, wenn wir den Großen töten, der hat immer so einen Beutel mit dabei Ich habe den eigentlich gelootet, den Beutel, wo ist denn der? Da Kann ich öffnen und dann hat der gut Loot meistens Ja, wir kommen halt zu Terros nicht dazu Also wir brauchen zu lang für die ersten 2 Und dann haben wir nur 20 Minuten, also 2 mal 4 Stunden und 20 Minuten haben wir gehabt für Terros Das reicht halt nicht Aber vielleicht killen wir sie jetzt schneller und dann können wir zu Terros Und wir waren am Anfang 27 Leute, jetzt sind wir Weniger, viel weniger Manchmal nur 16 14 Je nach Tag Wollen wir pennen gehen? Ja, ja, ich suche nur eine Leiche, die voll ist Also die, die ich mitnehmen kann noch Ja, gute Frage, Schnitzelkriegen Nächste Frage bitte Die nehme ich mit, der sieht noch nach Armen aus Komm, nehme ich mit Haben wir noch Knochen Boah, aber ich kann... Ich sehe halt nichts, wenn ich was trage Nimmst du jemanden mit oder nicht? Ich sehe hier nichts Die haben alle Ja, keine Beine Kannst du noch, kannst du noch Arme, tragen wir dir noch einen Arm, der Typ Weiß nicht Aber töte mich doch jetzt nicht, Digga Mann Hä, ich hab drei... Ich stehe da vor der Leiche und der tötet mich jetzt schon wieder Hä? Sammelst, sammelst die Rüstung zusammen, der schlägt immer alle kaputt Ja, aktuell passt das Schnitzel, Schnitzel Wir haben jetzt gemeinsam angefangen, den gemeinsamen Progress Na schauen wir mal, wie viel wir noch machen Aktuell passt das schon Wo ist der Fluss? Ich sehe hier auch nichts Weil wir gehen zum Fluss, dann gehen wir nach Hause Einfach ein Fluss nach Mir nage ich hab ja Licht, siehst du mal nicht? Aber auf der Karte schon, da ist der Fluss Einfach zum Fluss und runter Wie auf dem U-Boot Wie auf dem Boot Einfach runter zum Fluss Das sieht schon echt geil aus, wie die da unten langläuft Geh? Das Licht und so Und da ist irgendwas auf dem Boden, was ich da roll Freu ich doch nicht, ich hab doch einen Fluss, alles gut Ich weißt du, Fluss runter ist das Häuschen da Brauchst du kein Gips Wir müssten das Essen sogar noch Wir müssten das Essen sogar noch jetzt machen, oder? Lass dir erstmal schlafen Weil sonst ist es nicht verrottet morgen? Keine Ahnung Ich hab jetzt mal hier die zwei Beine gemacht Das ist unser Progress hier Ich bin schon im Land ein bisschen rumgestreut hier Ich hab zwei Dörfer, sag ich mal überfallen Die haben mich zwar sich mal getötet, aber ich hab dann wieder was gelootet beim rumlaufen Jens hat das Häuschen gebaut und das war's im Endeffekt Wir sind noch ziemlich am Anfang noch Aber das ist halt unser entspannter Progress Da musst du erst mal ein Find, der genauso ist Machen halt nicht viel Ich geh halt bisschen auf die Jagd, bisschen Farmen sammeln Das doofe ist besser Jetzt lass doch mal schlafen gehen Nein, die sind jetzt verbrannt, weil ich jetzt nicht aufgefasst hab Oder hast du sie genommen? Ja, und beim Nein, und bei mir ist das ausgegangen Achso Mensch Mensch Mensch, was machen wir nur mit denen? Warum müssen wir pennen? Es war doch dunkel, ich seh nicht mal die Hütte Ich auch nicht Ich muss doch hier sein, Dinge Da Ich weiß aber nicht genau, was was ist Ich hab gesehen, dass das eine Warte mal erstmal schlafen So, endlich, boah Ja, endlich, warum nicht gleich so Ich hab gesehen Warte, erstmal ess, ich kann das nicht Ich kann das nicht Guck es, guck es, guck es Guck es, guck es Da holen wir noch den Kopf rein So Mach doch hier weg Ich hab gesehen, dass dieser Punkt da oben Das war so ein Höhleneingang Ne, ne, das war kein Das war ein Höhleneingang, aber da waren so zwei So zwei Tote mit so einem Caddy, wie so beim Golf Meinst du mich? Ne Doch, du, dir hab ich's ja auch erzählt, oder? Du hast so einen Hausbau, was du beschäftigt Ja Da ist so ein Typ, so zwei Typen im Caddy im Golf Da sind auch ganz viele Gegner und das ist auch ein Höhleneingang Was dieses I und so heißt, weiß ich nicht Scheiße, weg mit dem sich Ne, 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 lass mich doch das Ding collecten Guckt arm Also ich muss ja sagen, ich finde die Steuern trotzdem umständlich Irgendwie schon Es ist nicht intuitiv Was ist? So So Ich kann keinen Speer machen, weil ich kein blödes Band habe Verstehe ich nicht Ja, du müsst mal looten gehen einfach Der Speer ist gar nicht so stark eigentlich Du brauchst dieses Ding, was ich habe mit dem Brennen Du brauchst den Lappen, brauchst den Stab, du kannst, du kannst sehen, was du brauchst, ne? Tu mal so einen Lappen oder irgendwas da rein oder so, weiß nicht genau Nein, nein, nein So Genau, nicht spoilern, wer kommt das schon hin, deswegen ist ja ganz gut, dass wir hier so den Den gleichen Progress hier haben So Aber die Hütte ist schon mal okay, Vogelhäuse haben wir da auch Da können wir ja Ist Lappen was anderes wie Stoff? Oder Stoffen Lappen dasselbe Das muss dasselbe sein hier Ja Ich meine das ist ja eigentlich Stoff, ja So Tierhaut bräuchte ich ja auch, ey Also bist du, ist das der Fackel, was du da hast, ja? Ja, genau, Fackel So wie ich selber lebe, bekommst du GPS-Daten, wenn du verlorene Mitglieder findest Ah ok, ok, dafür kommst du immer weiter Deswegen sind die, also da wo diese Preise mit dem Pucken sind, sind andere Leute Genau, da war ich ja dann, da habt ihr ja gesehen, die zwei Leute Und das mit dem I Und das mit dem I Das mit dem I da war ich ja nicht Wer ist lustig bedacht, den Stock anzuspitzen Messer, Messer rein und Stock rein In die Mitte Ich kann, ja irgendwie Vielleicht falsch Erstmesser Ist egal, Messer, Stock und, und Band brauchst du Ich ziehe einfach die Rüstung an dich halt, habe ich Ich kann es mir noch gar nicht so aussuchen mit der Rüstung, also noch nicht Ganz bisschen Ganz bisschen Also, was habe ich denn gespielt erst? Ich kann mal schnell schauen Ich habe momentan nur das eine Spiel hier gerade drauf Ähm 38 Stunden Aber nie die Vollversion Nur die Alpha Version 0.1 und 0.2 irgendwas Also ganz am Anfang Das war's Also nicht durchgespielt Alpha Ganz ganz einfach 0.01 irgendwas Dann 0.2 und dann Dann nie wieder 2015 zuletzt oder so So ein bisschen kenne ich die Geschichte vom ersten Musst du looten gehen Ja dann geh mal Endlich sprichst du meine Sprache Endlich Zeit wird's Okay, let's go Du verstehst halt nicht, wie das läuft Erst baut man sich eine Hütte Ja passt doch, hast du ja gemacht Dann Der Typ, der Typ soll uns hier weiter bauen hier Der fällt den ganzen Baum Aber lass Lass, bevor wir losgehen mal schnell pinkeln, ne Minute Du bewachst ein bisschen Okay, ich geh kurz was zu Trinken holen Ja du, äh ich geh ins Haus, ist das Haus zu? Haben wir noch keine Rampe hier So, komm gleich Ja Du bewachst dich getränken holen Ah Ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, dann weißt du ja so viel. Das ist ja wild. Dann würde es ja gar nicht Spaß machen, das alles hier nochmal neu zu entdecken mit uns. Kennst du das schon alles? Gehen wir mal zu diesem I da hin. Ich war jetzt schon da. So. Zu den Zeichen wollen wir hin, oder? Ja. Ich gehe mal hier zu dem, ich gehe mal hier den Fluss entlang, würde ich sagen. Das höre ich immer, das höre ich immer diesen ganzen, ja ich auch. Ich habe kein Leben. Genau. Deswegen gehen wir zu zweit lang. Und wenn wir sterben, spawnen wir bei dem Dorf, wo wir halt, was wir da ausrauben. 20 Mal spawnen, immer was looten. Habe ich auch gemacht. Das sehe ich immer in diesem Film hier. Wir gehen den Weg oder den, wenn du Zombie, wenn du Zombieding hast, dann nicht den Weg entlang. Ansonsten Fluss lang ist immer gut, dass du so zu trinken hast. Und ich will zu diesem Punkt da oben. Ne? Der führt hier dahin. Und auf dem Weg muss man schauen, dass wir Hibiskus finden. Oder Hibiskus und Aloe Vera Samen brauchen wir. Du musst die Augen aufmachen oder die Bilder aufsetzen, schnitzelkriegen. Was ist denn jetzt hier, blind sein hier? Ich habe vorhin ein Auto gefunden hier. Ein Auto, Motorboot. Ne, warte, warte, warte mal. Okay, Herr, ich bin eh nicht viel. Ja, aber du musst halt einfach sammeln, damit du Samen findest. Damit wir irgendwann alles anpflanzen können, schätze ich mal. Es gibt doch ganz viel, es gibt doch Rehe. Und wir, man konnte sich bei Teil 1 von diesem Lissard, was wäre es nochmal auf Deutsch, Lissard? Konnte man auch so die Rüstung klauen und dann anlegen. Es gibt Haie, okay. Ich weiß nur, dass du bei Teil 1 von so einem Schiff hinschwimmen konntest und da hast du dann looten können. Und fischen wollte ich auch mal. Oh, da sind welche. Gerade habe ich meine Waffe umgelegt. Da sind welche. Ich habe gerade meinen scheiß Fackel weggetan. Komm schon, kommen die zwei Stück sind da. Der ist nicht ganz gut, aber ich würde... Einer tot. Okay, die laufen zu schnell, da kommst du nicht hinterher. Ich habe es schon probiert. Nicht gut und nicht schlecht. Ja, überhaupt halt. Ich habe halt keine gerade. Tun wir Stücke, damit wir was haben zum Essen. Für nachher. Okay. Das sind huge und habe mich voll erschrocken. Ja, da bin ich ja von Ark auf die Haie gewohnt hier. Lissard gibt es nicht im zweiten Teil. Okay. Ja, ich habe Kaninchen und Eichhörnchen gesehen, glaube ich, bis jetzt. Hauptsächlich. Boah, die haben wir zerteilen. Das ist echt interessant. Es geht aber nicht. Mit Sprung-Einlage. Es geht aber. Nachdem müssen wir gezeigt, dass es geht. Warte, dass wir das nächste machen. Fertig. Das müssen wir gezeigt, so wie am Dach. Ein Bein. Ja, reicht schon. Mal was zum Knabbern. Ja, dann geht es weiter, oder? Sonst wäre es so schlecht wie ein Speer. Wir sind ja gleich, wir sind ja eh in der Nähe gleich. Wird es wieder dunkel, oder was? Ist es 11.25 Uhr, Tag 10. Okay. Was ist denn das J? Ach, du bist das J. Das ist so ein J. Oh, ein J. Das ist vorne im Wasser. Krass. Hier genau, Blätter habe ich auch gehabt. Da hatte ich so komische Andrüstung von dem Typen, wo ich hier rausgerüstet habe. Das sah aus wie ein Herz. So Mutanten-Rüstung, glaube ich, hieß das. Bisschen Fleisch noch mitnehmen hier. Ich glaube, wir müssen es auch zeitnah kochen, sonst geht es ja kaputt, gell? Da sind vorne welche. Ach, Peter soll mal auf die Insel kommen, sich beschweren hier. Dann verfütte ich die Peter an die... an die Einwohner. Lass mich mal kurz Wasser wechseln, ne? Ich sag auch mal, Fackelstock. Jetzt hat es bloß einer bis jetzt. Aber es ist ein großer. Wie zünde ich den denn an? Feuerzeug. Die Hand nehmen und Feuerzeug zünden anzünden. Gute schon, was geht. Habe ich. Ich habe den Stock in der Hand, das ist das Feuerzeug in der Hand. Aber ich bin nicht ab. Gedrückt halten, die Taste irgendeine. L oder so gedrückt halten. Ah. Super. Die Plane musst du nehmen, weil ich habe schon voll Plan. Ich bin auch schon voll dem Plan. Planer? Oder? 100 Druckharz-Kollekt. Hier die Plane, die große. Weitkommen. Ich habe eigentlich schon fast alles gelootet. Kann ich dir dann geben, die Sachen. Was brauchst du denn? Ich habe mir halt auch hinter dir. Boah, Roundhouse Kick. Boah, ich hasse sowas immer, jedes Mal. Deswegen geht es jetzt auch noch entspannter. Oh, hier sind überall welche. Ja, ja, klar, es ist ein Dorf hier. Da kann ich verteidigen jetzt. Oh, sind ganz viele hier. Ich habe halt keine Waffe in der Hand. Ich habe keine Waffe in der Hand, Digga. Brenn. Brenn ist gut. Ja, ich mache Speer, du machst Brenn. Brenn. Ich habe halt ein bisschen Range-Kampf. Und du hast halt Mili. Hinter dir, es war mal einer. Bitte, alles voll. Eigentlich haben wir alles. Wir haben es doch schon ausgeraubt. Nein, das sind ganz viele. Die haben mich. Bist du tot? Ja. Okay, ich komme. Ich rette dich, aber wir spawnen eben im Dorf, falls wir sterben. Beide. Hier, zwei Meter weiter. Ich hole dich, ich hole dich, ich hole dich. Ich habe ich sterbe dabei nicht jetzt. Drei hinter mir. Vier. Nein. Mutanten gegen Mutanten, wenn du voll Mutantenrüstung bist. Ja. Nochmal holen? Ja. Bist du weggerannt? Ich laufe von der von, es sind drei hinter mir. Hilfe. Deswegen laufe ich dir in Zeit. Bin ich weggerannt. Ich laufe zehn Meter vor, zehn Meter zurück. Boah, hier sind vier, fünf. Ah. Also, die Pfeile bringen halt gar nichts. Die, 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 die Rüstung hier ist, also das, wir sind halt nackig, ne? Aber wir sind halt nackig hier. Wir müssen dann doch wieder anzünden, am besten, glaube ich. Boah, es ist, okay, ich bin mal One-Hit. Ja. Wir haben halt keine gescheiten Waffen, nichts. Aber ich hatte, ich hatte nie, ich hatte nie mehr in, in den Forrest. Ich war von der Waffe nie weiter als jetzt. Vielleicht, wenn wir irgendwann... Boah. Boah, ich kann sie schnell gar nicht ausrüsten. Ist du auch tot? Ja. Okay, wir spawnen halt hier. Ich hoffe, wir spawnen hier. Er hat immer einen Hit tot, egal was passiert. Ja. Ich finde, der Einstieg vom Spiel ist sehr, sehr schwer. Das war auch um eins ja so. Ich bin, ich, vom Progress war ich nie weiter, als wir jetzt hier so sind. Weil es ist immer so, man... Spawn tot, spawn tot. Ja, beim Waffen auswählen gestorben. Wie soll ich denn so schnell da hinkommen? Schade, dass es keine direkten... Direkten Dinger gibt. Ich spawn einfach wieder. War ich schon da? Ja, ja, okay. Egal, ich bin gespannt. Boah, ey. Shit. Ja, wir sind hier hergekommen zu looten. Also, den Loot haben wir ja zum Glück, aber... Ich meine, eigentlich haben wir alles, was wir wollten. Loot haben wir. Wenn wir jetzt töten, bringt uns auch nicht mehr weiter. Ich schau nochmal gerade, ob wir alles gut haben hier. Ich glaube, Loot haben wir, ne? Hier müssten wir halt mal Aloe Vera und Hibiscus anbauen. Wir brauchen unbedingt Mittel, äh, Heilmittel. Zum Glück tun sie unsere Loot ja nicht wegnehmen. Ich müsste Waffe wechseln wieder auf den Speer, aber ich kann halt nicht. Ich hab gar keine Zeit für sowas. Ja. Das geht mir auch so. Das sagen wir auch nie ab, oder? Ja. Ich hab ihn, ich hab den einfach oben hin herumgelaufen halt hier. Mal kurz looten. Ich hab den Lederbeutel gelootet. Die haben halt Lederbeutel, ne? Da steckt immer viel drin. Ich probiere nochmal ein bisschen, so kurz im Kreis laufen, hab ich... Vielleicht geht das so. So, bei den Großen geht es. Im Kreis laufen sie runter, machen sie den Tag von Tag von hinten. Aber bei dem mit der Sicher weiß er nicht genau. Okay, so im Kreis. Ich weiß bestimmt, wie ich nochmal können, aber... Oh, keine Aus... Ja, Ausdauer weg. Lol, stehen geblieben einfach. Aber hätte funktioniert mit dem Kreis zu laufen, dann kurz hauen. Danke. Jetzt hab ich aber wieder die falsche Ausrüstung hier am Ende. So eine Scheiße, Digga. Die tun sich selbst hier essen, ne? Und die sterben. Okay, ein bisschen Ausdauer wieder regalieren lassen. Aber geht so, geht so mit dem Kreis laufen. Aber du brauchst da zumindest ein bisschen HP, damit du halt... ...halt einmal was aushältst. Keine Ausdauer. Ich hab ihn dreimal getroffen, ey. Ganz stark. Der ist ja gar nicht nur mit dem anderen. Die laufen weg. Okay, so ein bisschen im Kreis laufen geht. Weg. Ist down. Was ist denn jetzt mit dem? Ich krieg dieses Eichhörnchen hier nicht. Kann man den mehr... Wie viel Eichhörnchen kann man den sammeln? Ich sammle noch ein paar. Okay, die kommen wieder. Äh, tust du... Tun wir die Dinger auch abhacken? Die Teile, damit wir ein bisschen was haben. Ich find's jetzt geil mit dem Ding. Mit dem, dem Ding da so. Mit dem... Von mir. Ein bisschen Ausdauer. Stimmt mir vor, wir hätten ein bisschen bessere Rüstung. Ist alles noch... Oh, 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 okay. Hab ich nicht gesehen. Hast du ihn? Ja. Geil. Hier, von dem kann man eh nicht draus schlagen, oder? In dem Großen, nee. Der ist nur zum Looten gedacht. Und zum Beutel. Wenn man wohl mit der Axt kommt, triffst, dann killst du sie sofort. Okay. Probiere ich. Ich muss halt immer in Bewegung bleiben. Habe ich eigentlich. Da war Halsschlagader bei dem gerade eigentlich. Hast du gesehen? Dann vorbeilaufen, so. Vorsicht, hat er dich getroffen. Na ja, ich bin da. Aber ich muss kurz ihn weglocken. Er bin auch tot. Mann! Ah, es ist ja nicht so schlimm. Aber... Du tacklst hin, du tacklst her. Du hast keine Ausdauer. Nichts. Es wird dazu Spaß machen, wenn du halt mehr machen könntest, weißt du? Aber ich erinnere mich jetzt genau. Ich habe halt einen Teil 1 dann irgendwann aufgehört, weil ich kann halt nicht weiter. Aber damals war das auch Alpha 0 1 oder so. Ja, wir sind ja hier fertig eigentlich. Sachen haben wir ja. Ja, passt, passt. So weit, so gut. Habt ihr noch einen Arm dran oder was? Arm dran, Arm ab. Ja, auf jeden Fall. So, hast du ja nicht. Gehen wir uns kurz zurück oder was? Aber wir erkunden weiter, ne? Wir können ja auch nachts schlafen auch hier. Aber ich würde gerne... Oha! Was? Gegner? Echt? Ist ja einer? Ich wollte gerade grillen. Ja, komm. Auch so einer, okay, okay. Vorsicht, Vorsicht. Die nehmen wir noch mit. Komm. Einmal habe ich ihn. Hat er mich getroffen? Jawoll! Uppercut. Schön, 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 schön. Ich mache ein Feuer, dann können wir grillen hier. Falls jetzt die nicht kommen, grillen wir uns ein bisschen was. Ich tue halt nur eins drauf, weil... Du hast ja gesagt, ich mache noch ein Feuer einfach. Weil wir tun doch anscheinend immer... Beides essen, was irgendwie... Aber ich weiß gar nicht, warum. Verstehe ich gar nicht. So. Zack. So, ich bin... Aua! Auf, tot! Von hinten. Ja, okay. Man kann halt nicht... Man kann halt nicht... Ja, muss man aufpassen, ne? Nicht feuern, mache mich auf. Mich verbrennen auch noch. Oh, ja. Du lagst halt genau auf das Feuer drauf. Jetzt brenne ich, oder? Ja, ja. Ich brenne, ich brenne. Da kommen welche, ne Menge. Ich habe halt auch keine Waffe in der Hand, leider. Oh, das ist noch... Es verbrennt unser scheiß Essen, hey. Muss ich das Essen abholen, warte. Wir müssen hier weg. Das ist... Wir können ja nichts machen. Wir sterben doch nur. Fucked, buying, collected. Ja, okay. Wir wollen zum nächsten Loot. Ich muss nur das GPS kurz aufmachen. Okay, dann gehen wir zum nächsten Loot hier. Ich glaube einfach in die Richtung. Irgendwann werden die aufhören zu vollen. Ich wollte nur was mitnehmen zum Essen, aber okay. Loot haben wir ja genug bekommen. Alles voller Gegner. Gibt es denn nicht irgendeine Möglichkeit, die Pfeile als Feuerpfeile zu machen? Achso, genau, das Schnitzel. Du bist ja Profi, hast du gesagt, vom Ersten. Es gab doch die Möglichkeit, wenn man etwas bauen will, die Blaupause zuerst komplett hinzumachen. Und dann können andere noch nachbauen. Oder nicht? Oder war das nicht das Spiel? Ich hatte in Teil 1, hatte ich komplett eine Mauer und unsere Base gemacht. Und dann konnten die anderen das Holz reintun. So eine Silhouette bauen. So eine Blaupause. Nicht nur von den fertigen Sachen, sondern von allem. Ja, das stimmt. Siehst du? Ich habe noch richtig gedacht, ey. Ja, ja, aber das sagte ja der Kollege vorhin, das geht nicht mehr. War das da beim 1er raus? Komplett? Auch bei der Final-Mission? War das nur inzwischen nur in der Alpha oder was? Nee, im ersten Teil ging das noch. Das ist doch Blödsinn, dass es halt dann ging. Das ist ganz normal im ersten Teil. Ja, und hier nicht mehr oder was? Ich fand das halt geil. Dann hast du, dann hast du per Blaupause, hast du alles gebaut und dann konnten alle die mitspielen, gut ich war meistens eh nur so zweit, konnten dann halt das Ding da hinlegen. Das fand ich voll geil. Also war schon funny. Dann hast du die ganze Mauer und die Basis schon gesehen, obwohl sie noch gar nicht da war. Und das war mein letztes Mal, dass ich Arc gespielt hatte damals. Als sie dieses Feature gettet haben bei der Alpha, Arc, Forest. Oh, man kann doch bestimmt beides aufgelöst werden, nicht nur eins. Die Dornen müssen länger, diese... Diese kleinen Viecher. Oh, fertig. Okay, also ich hab drei Sachen. Wenn du was brauchst. Ja, ich dürfte auch zwei haben. Denn so hält es halt so gekocht. Da fände ich? Das sieht man immer nicht so gut. Wo findet man am besten Aloe Vera und Hibiskus? So mischen. Ich hab ein Dorf... Ich hab ein Dorf mit richtigen Zelten gefunden. Okay, nee, das ist dieser Punkt, wo wir hin müssen, oder was? Du bist hinter mir, okay. Kommt jetzt grad Musik, oder woher kommt die Musik? Ich hör Musik. Die haben ne Party hier. Mach raus das Ding, Digga. Okay, ich geh in der Sack Party. Da ist denn der... Der hat ne moderne Axt, hab ich. Kommt, Loot auch. Die gelben Kisten haben das meiste drin. Klebeband, Seirutsche. Kann ich den Kleber mal geben, wenn du was... Klebeband, noch ein Klebeband. Cola. Hey, beim ersten Teil gab's ganz viel Cola. Ich weiß noch genau am Strand. Gäh? Schnitzelcream. Hier kann man auch pennen. Können wir gleich pennen. Das ist ja... Das ist ja so ein Lager von unseren. Ja. Medizin ist ja auch... Einfach so hoch auf dem Boden. Peltration gelootet. Einfach alles looten. Was ist denn das hier? Nicht Pilz essen. Spinnst du? Oh, jetzt soll das Pilze essen essen. Ja, ich dachte hier, ich mach dieses Ding auf das weiße Teil. War das eine Leiche oder was drunter oder sowas? Aber nee, er ist es. Was ist hier? C4-Ladung. Hier. Leuchtfackel collected. Sag dir, wir müssen... Wir müssen echt hier da und rum latschen. Diesen Points of Interest nenne ich es immer. Nimmst du nichts mit? Ich finde immer überall was. C4-Ladung, Ding. Wie? Ich hab doch alles gelootet. Hä? Hier. Leiterplatte. Neue Anleitungen zum Inventar verfügbar. Seilrutsche. Feltration. Okay, ist es vielleicht für beide? Vorsicht. Irgendwo muss einer sein. Hier am Baum. Am Baum, am Baum, am Baum. Hier runter. Hinter dir so da. Genau hinter dir so. Hier so. Mehrere oder was wieder? Was fliegt denn hier rum? Was ist denn das hier? Achso. Oh, Musik. Ja, ja, hab ich angemachert. Hoch. Heftig, oder? Ich hab noch mehr Medizin. Cool. Können wir das Ding nicht mitnehmen für zu Hause? Nimm mal diese Plane mit hier, falls du noch kannst. Ich hab schon... Ich weiß nicht genau, ob das nicht Copyright ist. Ich muss mal weggehen, ne? Ich finde, ich würde irgendwas schneiden. Das ist keine Melodie in dem Sinne. Es ist alles Copyright. Ich hab jetzt... Ich hab ein halbes Jahr... Non-Copyright-Songs benutzt. Mach mal. Ähm... Und wo der alles beclaimt ist auf YouTube. Mein Account war sogar zeitweise gesperrt. Pizza. Lass mal Penn gehen. Ich bin immer noch dabei, die mehreren Tausend Videos umzuarbeiten. What could go wrong? Hier ist... Hier Schnee? Andere Jahreszeit, oder was? Oha, schau mal auf eine andere Jahreszeit. Wir haben jetzt Winter. Oha, jetzt ist uns sehr kalt. Kann man hier trinken? Wir können trinken. Ja, es sind ja verschiedene... Neue Anleitung mit Inventar verfügbar. Neue Anleitung von was? Schneepelze. Was ist denn das hier? Ist das Ding schon wieder? Jedes Mal fall ich drauf rein. Okay, schau mal. Wir haben das erste Mal nicht Hunger. Nachdem wir geschlafen haben. Doch, eigentlich bin ich halb leer. Ja, halb... Ja, aber normalerweise immer voll. Was ist denn hier noch? Boah, wie viel Loot noch hier ist. Klebeband, neue Anleitung. Ich habe... Entschuldigung, noch mehr Loot auf einmal. Hä, doch alles gut at eben. Aber was für Anleitung. Boah, wir müssen uns Sachen besorgen, ne? Zum Anziehen. Warte, ich brenne. Ja, das ist fast... Wie sonst auch immer. Nichts anderes. Es ist nichts anderes. Also gewohnt von dir. Boah, ich habe hier irgendwas drin. Was ist denn das? Ich habe Leiterplatte. Damit kann ich bauen Zeitbombe. Schon wieder... Hey, ich kann fast einen Zeitbombe bauen. Und noch etwas. Ich habe hier Medizin. Nehme ich gleich eine. Weil ich bin eh fast voll... Äh, fast leer. Dann habe ich hier ganz viele Batterien. Natürlich auch für Zeitbombe. Kettensäge. Taschenlampe. Und Tech-Rüstung. Oh nein. Gleich tot. Wie, ich habe doch... Wurde ich eben getroffen? Weil ich habe... Ich habe Medizin genutzt. Dann geht das hoch und dann stoppt das. Oder hast du mich gehauen? Ne. Da ist einer. Gerade als ich Medizin genommen habe. Toll muss ich es nicht sehen. Noch eine nehmen, oder was? Toll muss ich noch eine nehmen, ey. Weil du tickst ja dann hoch, wenn du in der Zeit angegriffen wirst, glaube ich... Es ist nicht mehr. Dir ist kalt. Mache mit Stöckchen Feuer, ja? Wir müssen jetzt auch auf die... Auf die Kälte drauf aufpassen. Was machst du denn da? Scheiße, wir brauchen Sachen zum Anziehen. Nicht mich jetzt treffen, bitte. Ich habe hier noch diesen Pulli. Ist der besser als meiner? Ich trage den mal jetzt einfach. Ich habe mich mal umgezogen. Das glaube ich zumindest. Habe ich mich umgezogen? Sehe ich anders aus? Guck mal. Weg. Dir ist kalt und du bist nass. Yo, jetzt haben wir sogar noch sowas. Wintereinbruch. Okay, wir müssen anscheinend Klamotten finden oder irgend so'n Scheiß. Lass uns wirklich anziehen. Da ist einer. Hab ihn. Die kommen ja nicht selten allein. Aber krass mit dem Tee-Schnee, gell? Voll geil, irgendwie. Vorsicht, Vorsicht, ich bitte mich jetzt nicht treffen. Ich habe alles voll. Ich wollte nur noch was abpacken. Hast du alles abgehakt? Nicht. Raw Bein, sieht man ja auch nicht mehr in dem Schnee. Ja, ich wollte gerade sagen, ständig hebe ich sie wieder. Wo sieht man denn mehr? Ja, komm, gibt's kein Schneeräumer hier. Ah, hier, guck mal. So, ich hab noch. Zack. Zack. Wir müssen nur sehen, wann die fertig werden alle. Wir können sogar Geld verbrennen. Komm, wir schlafen nochmal, weil es dann der Winter vorbei ist. Aber das ist nicht der Punkt, wo wir hin müssen, gell? Der liegt nur vor uns da. Äh, hast du noch Platz? Kannst du das hier noch draufwerfen? Also ich bin voll. Hier liegt noch ein Bein. Das könntest du noch ins Feuer werfen. Jo, kann ich. Wenn du brauchst. Ich hatte ja jetzt... Ey, das ist vor... Vorher ist er gerade ausgegangen. Dankeschön. Scheiße. Krass. Haben wir jetzt ganz neue Eindrücke auf einmal im Winter. Ich weiß nicht, ob es bei Teil 1 auch Jahreszeiten gibt. Hat krass geschneit, oder? Über die Nacht. Okay, ich hab nur eine Medizin gefunden hier. Das ist gut. Dann kannst du dir hier reinzwirbeln. Ja, eine. Reicht leider nicht. Wird doch eine Reicht zum Vollwerden. Von Gesundheit. Das tickt langsam hoch. Du darfst dann nur in der Zeit keinen Schaden kriegen. Da ist einer. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Bewegt dich, bewegt dich. Ja, wie viel denn noch? Ja, ich schaff das nicht hinterher. Ey, wieso tust du die Beine denn wegschmeißen? Nee, weil ich voll bin. Ach so, okay, okay. Ich hatte aber mehr Sachen aus vorher getan. Okay. Gut. Dann gehen wir weiter, oder? Zu unserem Punkt, wo wir hin sollten. Da oben, wo die Wangen gelaufen ist. Ach, der friert. Schau mal, deswegen zittert er so. Der friert. Krass. Ich könnte hier einfach ein Molotow werfen. Das ist nochmal warm. Oh, oh, hier ist ein Piep, piep. Machst du das? Nee. Oh, oh, ich hab hier so ein... Was machst du? Ich bin hier am Basteln. Achso. Was ist denn das, dieses Metallding da? Fertig? Hast du gebastelt? Nicht dem hinterher. Nicht dem hinterher. Ach, der ist das. Wenn du hier weiterleibst, hörst du so ein Piep, so wie so eine Krankenstation. Also wie so ein Krankenhaus, so ein Piep. So ein Herzschlag. Wollen wir nicht zum Signal? Oh. Doch, doch. Geben wir noch hin. Da, wo das I ist. Das war meine Rüstung. Was ist passiert? Ja, andere. Vielleicht auch. Aber sei froh, das sind zwei. Ja, hier ist ein wilder Punkt, schätze ich mal. Hast du sie? Okay. Können wir weitergehen einfach. Ah, was ist weiter? Wir müssen eh hier, genau hier hin. Da hoch. Oder hier rein, weiß nicht genau. Das ist I halt. Hörst du das, Diet? 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 Diet, immer schneller wird's. Warte, 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 langsam. Wie soll ich denn ranzoomen? Man kann ranzoomen? Man kann ranzoomen? Saxo-Taste. Wow. Wieso? Das Tim ließ so viel stehen bleiben. Aber wieso haust du mich dann mit der Axt? Ich hab' dir nicht gehauen. Das ist ein Gegner irgendwo. Ach so. Ach lol, ich dachte... Ja, okay, okay. Lass dir nicht trödeln. Ja, ich muss doch schauen, wo's lang geht. Drück mal ein Mausrad. Geht nicht, hab ich schon. Okay, ist ganz nah. ok hier ist irgendwas dachte ich mir auch karezmus minus man kann ich weiß nicht genau Wahrscheinlich oben. Ja. Wer weiß, was da ist hier. Ich würde mich schon an die ganze Zeit Ikarus-Reise... Gott, was ist das? Ein Boss? Nee. Dass dort ein NPC hängt. Ah, hier, guck mal. Seil. Wodka, Energy-Energie-Regel, ja. Erstmal looten. Genau, loot, loot. Wenn es das ist... Das war's. Das war's. Du hast die Wodka-Flasche nicht genommen? Nee, das war's nicht. Schlag einmal auf das Seil. Warte. Geh weg. Also, da... Warte mal. Hab ich. Und wieder runter gehen. Okay, okay. Ja, wir haben das... Wir haben das Seil aufgemacht. Vielleicht hängt da wirklich jemand. Ja, da... Da war... Eine Leiche unten gerade. Okay. Und der hat einen Peilsender, oder? Oha. Oha. Wodka-Flasche. GPS-Peilsender collected. Ach so. Jetzt haben wir noch einen neuen Koordinaten. Ich hab irgendwie eine Taschenabwehr angemacht. Geil. Du hast eine Taschenabwehr gelootet. Du hast eine Lootete her. Jetzt haben wir neue GPS-Koordinaten. Das ist, was vorhin gesagt wurde. Du kriegst neue GPS-Koordinaten. Und ich war halt noch nie bei so einem Ausflugbezeigen. Ich war immer nur bei so einem Punkt. Und so ein Punkt ist anscheinend auch so eine... Auch so was ähnliches. So eine Höhle halt. Können wir die zu Stück noch ein Essen? Nee, oder? Einfach alles Essen, was ich finde. Na, geil. Geil. Meine Taschenabwehr hast du gefunden. Hier musst du schauen, was ich in der Tasche... Was ich alles habe. Ich hab, ähm... Feuerzeug hatte ich eh. C4-Ladung ganz viele. Leuchtfackel eine Menge. Klebebänder, Stoff. Ich hab alles. Ich hab... Was halt immer noch fehlt, ist irgendwas mit... Was... Was wir dauerhaft uns regenerieren können. Aber ich hab Lederbeutel noch drei. Kann ich mal öfter schauen, was da drin ist. Wie ist das? Gut, habe ich hier. Was... Okay, nochmal. Also Lebeband, 9mm Munition. Ich hab voll viel Munition. Und ich hab... 5 Vortgeflaschen. Noch eine Medizin hier. Hast du keine Taschenlampe? Nee. Ich weiß nicht. Ich denke nicht. Welche Taschen so gerückt? Ähm... Das ist eine gute Frage. Wieso hörst du dich jetzt so komisch an auf einmal? Hast du gemacht? Sound weg? Sehr fest. Sound umgestellt bei dir anscheinend irgendwas. Oder hab ich... Ich warte. Nee. Hier ist nur Sound normal. Hallo? Ist wieder gut. Wie war normal? Okay, ist wieder normal. War ganz kurz so... Komplett... Keine Ahnung. Ich hab aber eine moderne Axt bekommen. Neue Axt hab ich. Oha. Nö, ich hab nur ein Feuerzeug bei L. Ah, reicht ja. Brauch er nicht. Ich hab... Die Axt, die ich bekommen hab... Ist größer anscheinend. Aber auch langsamer. Meinst du, die Taschenlampe ist für... Für beide? Doch, die ist klar. Hab sie. Stimmt. Auch neu anladen gefunden. Ja. Okay. Ach, deswegen. Ich denke mal, ich loot ja alles weg, Mann. Ich tu immer... Ich tu immer eins looten und warte ich, was du genutzt hast. Und dann loote ich nochmal. Kombinieren mit was? Mit Taschenlampe. Okay, mit Batterie. Okay. Hast du die große Axt auch? Ja. Hinter uns. Geh weg, ge weg. Beweg dich. Ja, aber die Axt ist ja langsam, ey. Bis die da... Bis die da was macht. Wenn es um Loot geht, wir müssen das Waffen oder so bekommen. All diesen Loot in... Oh, ob. Wenn es... Ach so, alle. Ach so, wenn es um bestimmten Loot geht. Okay, okay. Ist besser für Bäume, ey. Zeigen wir schon mal. Aber auch besser für Gegner. Du, die ist halt... Die ist halt langsamer. Oha. Ich kann halt hier gedrückt halten bei dir. Naja, aber besser. Baum fällt. Vorsicht. Okay. Pff. Oh ja, die klopft schon rein. Stimmt, da konnte man die Axt durch Feder schneller machen. Recht hast du. Genau. LOL. Krass. Das stimmt. Dann kann ich mich röhnen. Ach, da macht er eine Kacke immer. Das ist... Warte mal. Die Axt schneller machen durch Federn. Ne, man kann sie nur ausrüsten. Sonst müsste man kombinieren können. Geht nicht. Weißt du eigentlich, wenn man von... ...von der Tasche aber auf dem Feuerzeug wieder umsteigt? Vielleicht sagt weiß der Schnitzel. Es ist doch gut, der Schnitzel. Weil das Ganze... ...ist doch toll. Deswegen sind wir ja hier live. Und dann können wir das gemeinsam machen hier. Voll geil. Weil das alles so herausfinden. Und Teil 1 habe ich eh nicht gespielt. Finden schon viele heraus. Aber so viele Kleinigkeiten sehen wir dann auch nicht. Ah, okay. Maybe das Feuerzeug normal ausrüsten, ja. Boah.